Der Kleber Cressalp HP3 ist ein Winterreifen der Mittelklasse und wurde speziell für PKWs konzipiert. Kleberreifen werden auf Grundlage der Technologien von Michelin hergestellt. Diese Marke ist dem Konzern angehörig. Wenn Sie sichere Reifen mit gleichmäßigen Leistungen suchen, dann ist der Kleber Cressalp HP3 die ideale Wahl für Sie. Dieses Modell garantiert eine sehr gute Haftung bei allen Wetterbedingungen. Das laufrichtungsgebundene Profil erweist sich als ideale Lösung auf nassen Fahrbahnen. Die Rillen in der Form des Buchstabens V leiten Wasser und Schneeschlamm effizient ab und sorgen somit für eine großartige Haftung. Vorteile des Kleber Cressalp HP3? Langlebigkeit, sehr guter Fahrkomfort, effiziente Wasserableitung. Kleber steht für Qualität, die von einem der größten Reifenkonzerne garantiert wird. Roberto, man lernt die rote mit der Suche und die zur Technik, die von einem der größten Reifenkonzerne Batman macht einen Frapplen. Breitere Zahn.